Hallo zusammen, in diesem Lernvideo beschäftigen wir uns ganz grundsätzlich mit dem Aufstellen von Umkehrfunktionen. Ja, was ist eine Umkehrfunktion? Was wird da umgekehrt? Bei einer Umkehrfunktion werden der x- und der y-Werte miteinander vertauscht. Und um jetzt aus einer gegebenen Funktion die entsprechende Umkehrfunktion aufzustellen, muss man einen relativ einfachen Zweischritt beachten. Im ersten Schritt muss man die Funktion nach x umstellen. Im zweiten Schritt muss man x- und y-Wert vertauschen. Spielen wir das mal an einem Beispiel durch. Ich habe hier eine lineare Funktion gegeben. f von x ist gleich 2 mal x plus 2 und möchte davon die Umkehrfunktion aufstellen. Dann beginne ich damit, dass ich die Funktion nach x umstelle. Das heißt, wir formen so lange um, bis x auf einer Seite alleine steht. Und wir beginnen damit, dass wir auf beiden Seiten minus 2 rechnen. Das heißt, wir erhalten hier auf der linken Seite f von x minus 2. Das sind gleich 2 mal x. Hier fällt die plus 2 natürlich weg durch die Äquivalenzumformung. Ja, damit x jetzt alleine steht, müssen wir noch durch 2 teilen. Dann erhalten wir hier f von x durch 2 minus, und ja, das können wir eigentlich schon im Kopf. Minus 2 geteilt durch 2, das sind minus 1. Und das ist dann gleich nur noch x. Jo. Das heißt, den ersten Schritt haben wir erledigt. Wir haben nach x umgestellt. Zweiter Schritt. x und y-Wert vertauschen. Also x und f von x vertauschen. Und um zu zeigen, wie einfach das ist, mache ich das mal direkt hier in der Gleichung. Anstatt x schreiben wir jetzt f von x. Und anstatt f von x schreiben wir nur noch die Variable x dahin. Jo. Und theoretisch sind wir jetzt schon fertig. Wir haben die Umkehrfunktion aufgestellt. Allerdings sollten wir die noch ein bisschen schöner anordnen. Indem wir nämlich zum Beispiel das f von x auf die linke Seite schreiben, so wie wir das kennen. f von x ist also gleich, aus x durch 2 machen wir 0,5 mal x minus 1. Ganz wichtig jetzt noch, um zu kennzeichnen, dass es sich um eine Umkehrfunktion handelt, schreiben wir hier oben an das f eine minus 1 dran. Wenn man das liest, sagt man also f hoch minus 1 von x. Ja, so weit, so gut. Jetzt haben wir das Ganze aufgestellt, die Umkehrfunktion. Schauen wir uns noch an, wie sich die Funktion und die entsprechende Umkehrfunktion grafisch zueinander verhalten. Ich habe hier einmal f von x, unsere Ausgangsfunktion, und unsere berechnete Umkehrfunktion, f hoch minus 1 von x, schon einmal eingetragen. Und wir erkennen, dass sich diese beiden Geraden, weil wir jetzt am Beispiel eine lineare Gerade haben, spiegelbildlich zu dieser Gerade, zu dieser winkelhalbierenden f von x gleich x verhalten. Ja, das soll es erstmal ganz grundsätzlich zu den Umkehrfunktionen sein. Ich empfehle euch die Übung auf dieser Lernseite, allerdings auch unsere anderen Lernseiten, bei denen wir noch viele verschiedene Möglichkeiten von Umkehrfunktionen für verschiedene Funktionsarten durchspielen. Beim Lösen unserer Übungsaufgaben wünsche ich euch natürlich immer viel Erfolg.